moin leute willkommen zu dem video und let's go gleich in die neue season es lebt noch kurz aber wir sind gleich dabei ist das karten 50 minuten warteschlange ich weiß nicht was ich dazu sagen soll aber ich verstehe es ja wenn die server voll sind aber muss das sein 50 minuten ich werde jetzt hier keine 50 minuten darauf warten beziehungsweise ich werde natürlich schon aber ich werde das jetzt nicht alles aufnehmen auf jeden fall was sind wir schon mal von der neuen season ganze drei bett sich jetzt noch ein vierter der richtig geil umgebaut aussieht mit einer waffe den wird man vielleicht sogar selber steuern können das fände ich extrem nice hier neuer bett übergehen sieht ganz nice aus hier was alles bettel passt eigentlich die hier sieht eigentlich ganz fresh aus wie aus einem anime das sieht eigentlich ganz nice aus der bett für passt das wird der hier könnte eigentlich ganz nice sein doctor strange wie ich schon im short video gesagt habe dass er mehr bieren kommt der ist tatsächlich drin wie es aussieht sieht aber ein bisschen komisch aus in diesem fortnet style hier einfach der sieht geil aus sage ich einfach mal und er sitzt hier einfach auf einer riesigen bombe ok kann man mal machen oh hier sieht man noch so luftschiffe ok das ist geil das ist sehr nice muss man sagen die luftschiffe kämpfen hier scheinbar gegen die battle pass ich würde mal sagen das hier ist die seite von den sieben das ist die seite von der oh die kämpft jetzt gegeneinander hier auch das ganz groß fortnet auf den battle pass geschrieben hat das ist wirklich ein sehr gutes design muss man sagen hier ein loot job alles sehr gut gemacht hier hinten sehen wir sogar schon brennendes glas und so rauchschwaden und hier sind vögel das sieht alles so extrem geil aus gönnt es euch hier liegt auch noch irgendwas das kann ich nicht genau erkennen was das ist hier ist eine spraydose beziehungsweise merke sieht aus wie so ein autoreifen oder so diese anime skin oder was auch immer das ist hat hier auch noch so teile im gesicht also sieht aus wie als wäre das ein roboter könnte echt nice werden der bishop aus dem skin hier fühle ich übrigens nicht so deswegen habe ich den vorhin auch komplett vergessen zu erwähnen ich weiß nicht warum denn da mitten im bild steht naja kann mir ja auch egal sein und joa sieht eigentlich sonst alles ganz nice aus ich freue mich nicht übelst auf die season aber auch mal ein epic was ist los das hatte ich ja noch nie dass ich jetzt 50 minuten noch warten muss also ich glaube die server sind jetzt gerade vor 20 minuten oder online gegangen ich habe jetzt gedacht ja dann komme ich ein bisschen später dann kann ich safe hier rein starten aber was soll das einfach naja wir sehen uns dann gleich 46 minuten es werden heute vielleicht noch ein paar videos werden sowie dafür auf jeden fall bis in 46 minuten oder wann auch immer schau